Hey ihr Lieben, weiter geht's mit dem vorletzten Teil von Ein Ausflug mit Folgen. Nachdem Emma und Robin fleißig und erfolgreich trainiert haben, ist der große Tag nun endlich gekommen. Zusammen mit Andrea machen sich die beiden auf den Weg in die Stadt. Oh wow, heute ist der große Tag. Ich habe richtig Bauchschmerzen vor Aufregung. Du schaffst das. Ich fahre schon vor und lasse dir und Robin noch ein bisschen Zeit zu zweit. Also bis nachher. Tschüss! Okay, alles was wir brauchen, habe ich eingepackt, Robin. Fühlst du dich gut? Du bist bestimmt nur aufgeregt. Wenn wir erstmal losfahren und dort angekommen sind, geht es dir bestimmt besser. Na los, ich habe uns einen Pferdewagen geholt. Dort kannst du dich reinstellen und ich ziehe dich mit meinem Auto. Na komm, keine Angst. Ich helfe dir beim Reingehen. Dann geht das gleich viel leichter. Also, gemeinsam sind wir stark. Hopp, hopp. Und tatsächlich, mit Emmas Hilfe steht Robin bald sicher im Auto und seine anfängliche Angst vor dem Pferdewagen ist wie verflogen. Die Fahrt kann beginnen. Alles klar, Robin. Los geht's! Puh, jetzt geht es wirklich zum Turnier. Obwohl wir genug trainiert haben, die anderen Teilnehmer wohl sind. Hoffentlich wird die Strecke nicht so schwierig. Uh, Mann. Das kann was werden. Oh, wow. Das war vielleicht eine lange Fahrt. Jetzt bekommst du erst nochmal etwas zu essen, mein armes Pferd. Da vorne ist eine Tränke. Und bevor das Turnier losgeht, kämme ich dir noch einmal das Fell. Ach, schau. Andrea ist auch schon da. Hey, da seid ihr ja. Habt ihr die Fahrt gut überstanden? Hi, Andrea. Ja, danke. Ich bin nur froh, jetzt endlich hier zu sein. Und werde mich jetzt erstmal um Robin kümmern. Na gut, Emma. Ich lasse euch jetzt mal lieber leihen und werde noch ein bisschen einen Rundgang machen. Wir sehen uns nachher, ja? Viel Glück, ihr beiden. Alles klar. Danke dir. Bis später. Hier, mein Guter. Jetzt bekommst du erstmal was, um dich zu stärken. Eine leckere, saftige Möhre. Während Andrea einen Rundgang macht, kümmert sich Emma darum, ihr Pferd fürs Turnier vorzubereiten. Gibt ihm Karotten, striegelt ihn und macht ihn sattelfest. Dann reiten sich ein wenig ein. Wunderbar. Dann wärmen wir uns doch mal ein bisschen auf, bevor das Turnier beginnt. Komm mit, mein Pferd. Super, Robin. Höher. Wuhu. Klasse. Super, Robin. Yay. Ach, Robin, wir sind so ein gutes Team. Schau, wie gut wir zusammenspringen können. Emma und Robin lachen zusammen und freuen sich, dass das Turnier bald beginnt. Seid ihr auch schon gespannt, wie die beiden abschneiden werden oder sogar gewinnen können? Dann schaut euch den letzten Teil an und klickt auf das kleine Video unten im Bild. Bis bald, euer Pandido-Kanal. Bis bald. Halt bei mir. havia seismier. Bis bald. Halt bei mir.